Hey, ich hab das einfach rufen zu weit im Bildschirm. Oha, der... Was geht? Der andere Among Us Profi. Ich hab das Ding noch nie gedacht, aber... Also bei Google hast du wahrscheinlich... Ja, einfach, dass du googelst. Ja, also ich kenn die Map mittlerweile schon, aber... Ähm... Ach so, oh, bin ich der Host? Ja, Digger. Was sagtest du? Ach so... Warte, müssen wir doch irgendwas kustomisieren. Nee, gar nix, Alter. Ja, eigentlich... Sicher? Okay. Scheiß drauf, wir hauen einfach rein. Ich hab keine Ahnung, was die Regeln gerade sind. Wie viele Impostar haben wir? Okay. Einen. Da ist ein Impostar. Einen? Einen... Ey, ey, Mutant, Mutant, Mutant! ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Oh, der war ein Dotz. Wo wurde er gefunden? Ah, ich müsste mich auch entmuten, genau. Also ich habe Sepp in der Cafeteria gefunden. Er dürfte Tote jetzt auch sagen. Nee, Tote dürfte nicht reden. Okay. Ja, genau. Ich habe jetzt Wansen hier drüben bei Reaktor gesehen gehabt und bei Security. Und dort kram ich ja. Und bin dann rüber gelaufen, um jetzt in Bettens meine Tasks zu machen. Ähm, ja. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, Wansen, du bist es eher nicht. Bei Pink Guy habe ich zum Beispiel die ganze Zeit nicht gesehen. Und das war ja jetzt auf der rechten Seite. Auf der linken Seite. Bei Upper Engine, Reaktor und Matt Bay waren auf jeden Fall keine Leichen. Wo ich lang gelaufen bin, ja. Ja. Da waren keine Leichen. Okay. Bruder, wir spielen nur zu sechst. Das kann doch nicht so schwer sein. Dagger. Es ist entweder nur Pink, Bunsen oder Kampfi. Komm. Und ich kann nicht vorstellen, dass es der Raphael ist. Also, Bruder. Also, Bruder. Es muss... Also, wir müssen auf jeden Fall jetzt den richtigen... Es ist wahrscheinlich Self-Report. Ich sage, es ist Self-Report. Ah, Bro. Oh, Bro. Pink Guy was ejected. Das war's. Defeat. Ah, Dagger. Are you serious? Wow. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Digga, Bansen, Alter. Richtig, richtig einauf unauffällig, Digga. Nicht. Digga, der läuft straight zu mir, Alter. Ich so, Alter, weg. Ich sterb jetzt, Digga. Pam, Alter, direkt gestorben. Einfach Bansen. Ich wollte gerade weg. Ja, ich war auch die ganze Zeit nur meine Tasse erledigen. Ja, auf einmal einfach von hinten, Digga. Ich hab mir auch gedacht. Oh, Mann. Ey. Das wird Rache geben, ihr Schwäne. Ey. Alles klar. Ich hab gar kein Bock ein Kube zu sein. Bin ich hier, äh, in Admins? Bin ich hier, äh, in Admins? Ich bin hier, okay. Ich hab gar kein Bock ein Kubay zu sein. Oh, fuck. Am I fucking retarded? Bro, too fast. Too fast. Too fast. Too fast. Too fast. Bro. It's not working. Was ist der Code? Was ist der Code? Digga, wir sind gerade im Spiel. Schill mal. Ja, das heißt erstmal Hallo. Pssch. Pssch. Nach dem dritten Versuch ging die scheiß Karte. Warum ging das erst jetzt? Richtig empfindlich, Bro, da. Ja, 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 ja. Alles klar, wo ist die Leiche? Wo? Habt ihr den gesehen? Ich hab keine, wo, äh, so, was es ist, wie der Raum heißt, aber so safe, safety. Ich hab mein Arsch auf, Alter. Achso, Dong Ji hab ich ja gesehen, das... Aber sag trotzdem, wo war das? So, Dong Ji war mit mir zusammen in einem Raum, der hätte mich locker killen können, deswegen kann ich sagen, er war's nicht. Aber die fucking gleiche, erzähl mir keinen Scheiß. Ja, okay. Ist Sepp oder was? Na, 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 na. Ja, ich glaub ihm auch. Ja, okay, das hat sich schon alles bestätigt, das hat sich schon bestätigt. Sepp, du kannst absolut nicht lügen, Digga. Ich bin nicht mehr rausgegangen, Digga, ich hab niemanden gesehen. Du bist so ein Lügner, Digga. Boah. Also, wenn du's nicht bist, Sepp, dann holen wir ihn, dann holen wir ihn. Dann holen wir ihn, den Lüge. Ja, danach holen wir direkt ihn. Hey. Hey. Wer ist es? Es ist Long Die? Es kann, ich glaub nicht, dass es Long Die ist. Sebastian weiß und ihr alle Wut für mich. Jungs, er ist aus dem Raum raus und es war der Lack. Scheißleicht, scheißleicht. Wie wollt ihr ihm denn glauben, Digga? Weil deine Lache einfach so dreckig war. Deine Lache war einfach so nasty. Just stop! Just stop it! Wenn ich Sepp ist, dann ist das Pink Guy. Den hab ich nicht gesehen. Ja, ohne Scheiß, ich hab die ganz... Ohne Scheiß, ich hab die ganz... Sepp Spaß, Digga. Junge, ich bin hier bei Admin mit einem anderen Mann. Keine Chance. Ja, Sepp wähl jetzt, Mann. Vom, wähl dich selbst. Wähl dich selbst raus. Guck mal, wie er mich wählt am Passenmodus, ey. Ich hoffe, du bist das, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Ich schwöre, ich bin kein Passenmodus. So einen Passen würde ich nicht machen. Jaaa, GG. Easy. Easy, das war doch ne schnelle, easy knapp Runde, Digga. Ich hab, ey, ich hab, ey. Ich hab, ey, ich hab, ey. Ich hab, ey. Ich hab, ey. Ich hab, ey, im Moment. Einfach Navi mit rein, Digga. Oh, love. Komm, mir das love. Beschissesten Moment. Oh, der beschissesten Moment, Digga, ey. Waiting for Hoskins. Oh, fuck, fuck. Wie kann ich abbrechen? Hallo, warum startest du? Ich weiß es nicht. Ist doch gut, wir alle sind doch da, oder nicht? Nein, einer hat gefehlt. Wer hat gefehlt? Ich weiß es nicht, wer hat gefehlt jetzt? Ja, Mister, komm schon, aber ich glaub, der ist selber. Der ist generell nicht da. Der ist generell nicht da. Ja, dann spielen wir jetzt. Offiziell, wir spielen jetzt. Auf, Lothar. Er ist da, Digga. Pssst. 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 rein unbedingt rein der juicer das war gerade ein fail da folgt er mich oh wer ist das wer ist das zebius ok easy ok wo habt ihr gefunden ok wo ich hab den sepp da schon wieder rumlaufen sehen ja der sepp läuft ja die ganze zeit curious rum aber der war gerade eben bei mir ne dega also nur auf der rechten seite hab ich niemand gesehen und ich bin da runtergelaufen hab ihn dann vielleicht gefordert also der raphael und der sepp hätte mich beide also der sepp ist keine safe keine als die lichter ausgegangen sind war er direkt neben mir und der hätte mich locker umbringen können und der raphael der ist direkt also an mir vorbeigelaufen und ich hab auch geprüft ob der hier hinterher rennt der ist mir nicht hinterher gerannt also kann auch sein dass er woanders hingegangen ist aber ich kann nicht na ist schwer grün hab ich nicht gesehen safe call safe call ich hab lila lila und weiß hab ich gesehen jetzt muss einer von den beiden gebeten sein also ich bin mir hundertplotzen sicher dass es wahnsinn war ich bin unschuldig du kannst doch den killen und die leichte nur der schuldige sagt ich bin unschuldig nur der schuldige sagt ich bin unschuldig nur der schuldige sagt ich bin unschuldig wenn du glaubst das nicht im posten komm danach wenn er es nicht ist dann kicken gesetzt ich glaub das ist nochmal der sepp was hast du gemacht was hast du gemacht was machen wir denn jetzt hier wer verloren oder was also ich hab jetzt den rafael gewartet ey digga was jungen ich bin rausgegangen ich bin nach links gegangen wollte meine fans da machen ich hab auch gesehen dass rafael links gegangen ist und ich weiß auf jeden fall dass ramin das ramin cafeteria war ich habe memorized in diesem schachter gesehen oder was auch immer das war und rafa und ich kann mir nicht vorstellen dass da auf einmal auch ramin drinne war digga also der ramin war da nicht drinne maschallah safe banzen war safe digga safe jetzt kommste digga banzen ist es nicht alle banzen war es wirklich nicht oh mein gott digga banzen war es nicht also jetzt müssen wir wählen weil entweder kommt jetzt ein kill und wir haben verloren oder ja dann sag ich ich was am nächsten dran an dem toten körper eben gerade ich bin rausgegangen wieder zurückgegangen ich habe eine minute es ist der ich bin ich glaube es ist die ganze zeit rafa weil rafa hat mich die ganze zeit gesagt es ist es ist es ist ich habe ich gar nicht gesagt ich habe dich gesehen man ihr seid so dumm ihr seid dumm wartet mal kurz safe digga für die sekunde hat der rafael mich zweifeln lassen der buzzi du hund du hund rafael rafael ist so ein ey das ist so ein oh mein gott so ein hinterhaltiger mit diesem ton auch noch am Ende mit dem bruder alter ja sind wir jetzt alle ready ein imposter let's go ach Leute alle muten und es geht tote reden nicht tsch 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 was ist hier in was was das für raum communications wir haben den set okay was was noch mal ich habe ihn ich habe ihn gerade entdeckt ist noch mal was war deine erklärung wir alle mal kurz ruhig lasst ihr mal ausreden ich habe gerade den set getroffen von communications raum und war mit blauen ja ich würde auch skippen also ich kann eigentlich jetzt noch ein bisschen diskutieren aber ich glaube ich noch einer sterben da muss doch drauf gehen dicke das sollte mich jetzt nicht verdächtig machen das sagt er jetzt aber ein bisschen creepy einfach so wie er hier um durch was macht er da bei etwas zu retten zu wenig er macht nicht mal etwas erwartet einfach nur die namen oder dran sein um das zu machen das macht uns wir haben sich alle teile ausgelöst hat das macht keinen sinn wo war ich denn vorher ich habe keine ahnung wo ich die ganze zeit rumlaufen das ist doch eine dieser kommentare warum kriege ich diese karte nie hin scheiß auf diese karte ich krieg das nicht hin irgendwie ist sie verbockt oder ich bin zu dumm dafür also ich habe den gefunden wo ist der raum oben oben rechts mittel von cafeteria ich habe keinen gesehen also ich kann schlecht was sagen was sagen schon irgendwie komisch dass du zum zweiten mal eine leiche findest da war ich meine aufgaben machen durch die ich meine zum zweiten mal self-reporten wäre relativ kritisch aber ich habe auch bisher keine einzige ich weiß nicht warum der aber ich habe so ein gefühl dass das ich habe keine ahnung wo bist du und wollte richtung elektrische kraft als ich kann gerade nicht vor Ort weil ich bin wie das spiel komisch ist aber könnte kann es nicht sein Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer es sein sollte, ich bin relativ verwirrt, weil... Er war irgendwie die ganze Zeit mit mir zusammen als... Von links oben bei Electrical ist mir entgegengekommen und ist dann nach hinter mir. Das ist aber nicht Wettball, Digi. Alter, wo sind die alle? Jetzt mal im Ernst, wo sind die alle? Ich hab den Zip da gar nicht gesehen. Bin ich blind? What? Bruder, Cryptic is suspicious. Cryptic is sus as fuck. Ja, äh, ja. Hallo, hallo! Wer ist das denn jetzt? Wer ist das denn jetzt? Wo ist Cryptic hin? Scheiße, der kleine Junge hat mich abgelehnt. Jason, ABC. Wer bist du? Du, Cryptic, Digga. Ich würde gerne Cryptic verfolgen, aber... Wir sind kurz davor, um die Runde zu gewinnen. Sepp ist immer noch hier. Wo? Sepp, was brauchst du so lange, um dieses Teil zu bedienen? Was machst du da die ganze Zeit? Digga, ich dachte, dass du uns bist, Alter. Ich hatte keine... Ich hab das Gefühl... Ich hab das Gefühl, du lockst mich zum zweiten Mal zu dir. Nee, Digga, du bist mir hinterher gelaufen. Wie kann das sein, wenn ich da ankomme und du stehst da schon? Und du stehst da schon. Wie soll ich dir dann hinterherlaufen? Aber, aber, aber Cryptic war auch nicht da, oder was? Doch, doch, Cryptic kam mir auch gut sus vor. Aber, aber zwischen euch beide, zwischen euch beide, jetzt gerade, wo du da stehst, ich meine, jetzt könntest du gerade sagen, du täuschst diese Aufgabe vor, damit du jemanden dahin lockst und den dann umbringst, Bruder. Du bist einfach Sauce. Als der erste gestorben ist, Digga, war ich die ganze Zeit bei ihm, die ganze Zeit bei ihm. Bruder, den Cryptic, den konnte ich gar nicht finden, den auf der ganzen Map. Den habe ich präzise gesucht am Anfang. Jungs, hallo, wollte ich mal ganz kurz, nein, wollte ich mal ganz kurz leise sein. Hallo, wir können ja diskutieren, wer was gemacht hat. Ich habe eine scheiß Leiche gefunden, Leute. Können wir mal darüber reden? Wo ist die scheiß Leiche? Die Leiche steht in Oxygen, wo ich oben gerade reingegangen bin, um dieses Oxygen wegzumachen. Wo ist Sepp? Und wer ist unten? Ich war unten. Und wer ist noch unten gewesen? Ich war allein und ich weiß nicht, dass Sepp auch bei mir war. Ich glaube, wenn ich noch eine Aufgabe gemacht habe, dann bin ich nach Mechmay und dann Cafeteria. Franzi. Franzi, wo ist Kampfi? Wo bist du? Ich war gerade O2. Ja, sorry, Kampfi. Du bist da safe, weil du leider... Die Leiche ist gerade umgefallen. Ich konnte mir leider nicht mehr merken, wer gerade ich hundertprozentig... Die Leiche ist gerade umgefallen. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es Kampfi ist. Ich wollte das Ding gerade reporten, als du reinkamst. Und deswegen dachte ich auch, dass ich in der Report war und nicht. Ich hab jetzt erstmal den Sepp gewählt. Ich bin mir sicher, Digga. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Safe. Safe. Einfach Glück gehabt, Sepp. Ich bin ein Alter. Ich bin mir sicher. Das kann doch nicht sein, Mann. Es ist locker der Sepp. Locker leicht. Bra. Guck, 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 guck. Der kommt jetzt schon wieder zu dem gleichen Raum, bevor es überhaupt losgegangen ist. Was macht der da? Dicker. Der ist doch einfach... Ah, Bruder. Schon wieder diese Karte. Admin. Bruder. Ich werde diese Admin nicht schaffen. Warum macht das... Wieso macht das diese Faxen? Ist das... Oh. 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 Okay. Okay. Jetzt sind aber die Lichter raus. Das war kurz. Das war relativ kurz. Okay. Sepp hat das direkt gefixt. Aber... Hm. Geh mal... Geh mal weg. Verfolgt der mich? Ja, verfolgt mich. Ich wusste es. Kampfi. Ah. Er verfolgt mich. Nein. Der Bastard. Ah. Scheiße, Mann. Bruaaaaa. Bruaaaaa. ich kann es nicht machen ich bin genau da ich kann es nicht benutzen es hat nicht mal eine rankingliste und schon eine dedicated fanbase von über knapp eine Quartelillionen people motherfucking place das sind mehr als fünf Leute oder ja Bruder das ist ewig krank, das ist absolut normal ok, noch eine Red Rocket League und dann guck dir nochmal Bruder, tweaken, tweaken, wenn das Spiel startet, haltet alle die Schnauze jetzt Spiel beginnt macht eure Aufgaben jetzt muss ich diese Runde auf jeden Fall wingen wingen bruh, wingen, 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 i don't give a fuck no tactics, we're just gonna wingen ahja, ich bin voll falsche Map, ich muss jetzt sabotieren auf sabotieren drücken ok, Bruder, ich hab gar keine Ahnung was Sabotagen eigentlich generell machen ich muss erst mal herausfinden was macht was, wie, wo, was macht das ist glaube ich das dritte mal maximal, dass ich jetzt der Imposter bin holy shit ah, gucken wir mal fuck ah, ich muss gucken, dass die Leute auch alleine sind weißt, was ich meine jetzt wär's dumm jetzt wär's dumm, den zu killen, Longo sie jetzt wär's einfach nur dumm weil ich kann keinen Doppelkill machen oh, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, sag ich ehrlich ich klicke einfach mal auf alles ok, scheiß drauf, ich konzentriere mich jetzt einfach mal kurz mal um zu sehen, was ich machen kann ok, das macht die Tür zu oh, Bro, die sind schon fast halbe Weg warum laufen irgendwie alle als Gruppe , ichologie ist maximal ich someplace was ich weiß du bei du Säp ist unfortunate denk ach du heilige Wo war er denn? Wo war er denn? Der Rico? Das war eine ganz schnelle Runde, leider, Leute, weil ich bin gerade in Reaktor rein und Memorize ist mir da auch entgegen gekommen. Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Was? Wo hast du denn überhaupt gefunden, Mann? Memorize, hast du noch irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, Jungs, wo den Airbus, Digga? Oder ich bin gerade aus den fucking Admins raus und hab meine Karte gemacht, Mann. Und da war der Zepp mir gerade entgegengekommen. Du warst nicht mal ein Admin. Das ist immer noch Reaktor, Digi. Normal. Ab bitte es, bitte. Ab bitte es, Digga. Nein. Amorize, ich glaub, das war's. Amorize, ich glaub, das war's. Oh, Bruder, was für kranker alle. Fuuuck! Nein! Oh, das war's trash! Oh, fuck! Fuuuck! Oh, nein! Oh, Bro! Oh, das war sowas von ungünstig, Digga! Dieser eine Moment, Digga! Ich hab mir gedacht, fuck! Ich hab noch extra geguckt, keiner kommt links und rechts. Dann lauf ich rein. Und gerade in dem Moment kommt der Bastard mir entgegen, steckt mir, was?! Du Huren! Alter, nein! Du Huren! Fisch, ich hab noch unter... Du Huren! Ich hab noch einen Aufmerksam und irgendwo nicht genutzt. Da hab ich noch mehr. Da hab ich dich sein. Aufmerksam. Ich hab noch einen Aufmerksam, ich hab noch nicht zu sehen. Da hab ich dich gehört. Ich hab noch nicht zu sehen. Ich hab noch nicht zu sehen. Und das war nichts. Untertitelung des ZDF, 2020